Hey liebe Freunde, willkommen hier zurück bei Siedler 1, Mission 30, Freunde, Mission 30 und die 500. Folge, 500 Folgen, Siedlerwahnsinn, 500 Folgen, einfach nur noch Chaos. Ich bin seit über zwei Jahren an diesem Spiel dran, Leute, das ist nicht mehr normal, das ist, ah, das ist, alter, man kann es gar nicht beschreiben, wie krass das eigentlich ist, dass ich schon so lange an diesem Spiel dran bin. Und, ahaha, die letzte Mission, wir sind bei der aller, allerletzten Mission hier angekommen und er ist echt zum Kotzen, weil er hat seine ganzen Leute auf die Straße geschickt. Ich denke, er will mich irritieren. Guckt euch das mal an, wie es bei dem aussieht, das ist Chaos pur. Das ist nicht mehr normal hier. Da laufen, äh, irgendwelche Leute mitten in der Gegend rum hier. Guck mal hier, das, das, das gibt's nicht sowas. Normalerweise verpissen die sich doch immer gleich. Oh, stimmt, wir haben Geologen rausgejagt, wir wollten nochmal ein bisschen Kohle suchen und hier oben gibt's tatsächlich noch. Weil, ähm, uns geht langsam der Stoff da unten aus. Also hier, da haben wir schon eine angeschlossen, ich hoffe, dass die bald fertig ist. Hier liefert nur noch 20% und dadurch ist natürlich hier unten alles ein bisschen in den Stillstand geraten und hier oben sogar. Und sowas darf einfach nicht passieren. Das geht nicht. Das ist, äh, Katastrophe eigentlich. So, ich hoffe, dass wir jetzt genug Soldaten haben, weil wir wollen natürlich ein bisschen Krieg machen in diesem Part. Aber nicht zu, zu heftigen Krieg, das muss auch nicht sein. So, wir sind bei 84%. Leider ist gerade der Stillstand, weil hier gerade nichts mehr geht. So, was ist jetzt? Meldung, Eisen gefunden. Ah, hier oben gibt's von allem ein bisschen, ne, so wie's aussieht. Ist auch noch bei den Gegnern. Ach du Käse. Was versucht denn der hier noch zu bauen? Der hat so Chaos auf den Straßen. Der kann doch eigentlich gar nichts mehr machen, ey. Ne, kann ich mir nicht vorstellen, dass der noch hier irgendwie irgendwas erreichen möchte. Schau mal die Statistik rein nochmal. So, in allem, äh, ja, ist ja noch besser. Land haben wir hier überholt. Schon seit gut. In einer halben Stunde. Ja. Gesamtspielzeit sind wir bald bei sieben Stunden. Ja, wir werden schon sieben Stunden haben, denke ich. Ja, das kommt ungefähr hin. Beachtliche Zeit. Wohlgemerkt. Und er ist in, ey, natürlich noch mal rein. Er war immer besser als mir. Bis jetzt. Scheiße. Äh. Äh. Aber wir holen ihn uns. Abwarten. Den kriegen wir noch. Den kriegen wir auf jeden Fall. So. Ich hab heute gute Laune. Und bin natürlich bereit, ein bisschen was zu riskieren. Wenn wir schon 500 Parts haben. Aber wenn, dann schlage ich bei ein bisschen so ruhigeren Stellen ein, wie hier oben vielleicht. Nicht, dass jetzt hier... Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Guckt euch das, Mann. Hier gibt's Kohle. Ohne Ende Kohle. Das ist gut. Das ist echt gut. Dann müssen wir halt ein bisschen die Wege anders verlegen. Dass wir den ganzen Scheiß hier rankommen. Hä, wo bleibt eigentlich das Gold? Ach, hier kommt's ja schon. Ich denke die ganze Zeit, wo ist das denn? Wir brauchen ziemlich lang gerade hier alles zu transportieren. Oh, hat der mal wieder ein bisschen Kohle gekriegt. Wie gnädig. Wie gnädig sie doch sind. 85% hab ich da gerade gelesen, ne? Cool. So, also dann kannst du dir mal eigentlich sagen, hier zumachen. Haben wir noch ein Pickel übrig? Jawohl. Einen haben wir noch. Dann kann der in der Mine arbeiten, schuften oder wie auch immer. Ich denke eh nicht, dass der noch was bringen wird nebendran. So, dass erst die Gold kommt. Aber ich muss hier den Weg anders machen, das sehe ich jetzt schon. Der muss geändert werden. Dass ich hier anschließen darf später. Das muss alles ein bisschen verschoben sein. Weil da oben wird es sich nicht lohnen, oder? Wenn jetzt hier vielleicht noch irgendwo ein bisschen Kohle rauskommen würde. Ihr könntet ja mal ein bisschen effektiver suchen da oben. Ihr Fotzen, ey. Entschuldigung. FSK 18. Meine Spiele immer. Egal, wenn es null ist. Damit muss man rechnen bei mir. Auch ne gute Stelle. Hier. Ja, aber ich will ja nicht in die Quere kommen da unten. Okay, also. Ich entscheide mich für diese Stelle hier, ja? Aber der Weg muss abgeschnippelt werden. Und einen kleinen Bogen ziehen. So, dann werde ich die Mini hier platzieren. Sehr schön. Also haben wir nochmal ein bisschen Kohle gefunden. Auch gut. Die wird dann auch bis hierher kommen. Hoffe ich. Jetzt wird aber erstmal der da unten anfangen zu schuften. Junge, du bist bald arbeitslos. Das weißt du, ja? 68 Prozent. Der nimmt den ganzen... Der lutscht den kompletten Berg aus. Keine Kohle mehr. Aber hier oben arbeiten sie. Kontinuierlich weiter. Der bringt auch nichts mehr. Bringt ihr vom Lager das Zeug? 106, ja. Aber das auch mal wieder ein bisschen leerer. Haben wir eh zu viel gehabt da drin. Bin ich auch dafür. Ja. So, jetzt würde ich mal den irgendwo durchschneiden. Hier wäre es doch perfekt. Dass wir vielleicht uns hier mal durchackern kurz. Einmal. Zweimal. Zweimal. Das ist eigentlich nur, damit wir hier vielleicht einen Weg durchziehen können. Ist für uns halt dann vereinfacht. So. Ist auch nicht schlimm. Wir haben Soldaten im Ersatz. Also da kommen jetzt gleich wieder neue. Seht ihr? Arg viel haben wir leider nicht. So. Oh, was ist denn das? Was ist denn das? So. Okay. Okay, also. Jetzt hier. Einer ist schon verloren gegangen von unseren Jungs. So. Wie hat man. So. Taa. So. 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 So Wir kriegen hier voll einen auf den Latz Das war klar Aber wie Ich hab gar nichts versagen können Ich wollte eigentlich nur noch zugucken So die Hoffnung liegt noch in den zwei Gebäuden hier Der läuft jetzt hier rüber oder? Nein Ich sag doch Die machen das mit Absicht Die wollen uns irritieren Eisen gefunden So Boah hier oben haben sie ganz schnell nochmal was gefunden Ist gut Sehr gut Also an Kohle soll es nicht mangeln So und der haut auch 20% gleich mal hier raus Also 100% Fundquote Da kann hier unten die Schmelzerei mal wieder loslegen Dass wir mal ein bisschen mehr Moral kriegen Dass wir die besser fertig machen 85% liegen wir jetzt Und wir kommen einfach nicht drüber Schande kommt über uns Wirklich Wieso kommen jetzt gerade keine Waffen mehr? Was? Gole Die Gole haben wir gefunden hier Warte mal ich muss kurz Wo ist die Karte? Warum uns durchkämpfen hier ne? Genau Oh und wir kriegen wieder einen auf den Sack Er hat überall Leutnant stehen Und wir kommen hier mit fetten 85% an Okay den Hammer Eigentlich kann er aufgeben Der hat doch nichts mehr So die prügeln sich da oben Hauen weg Komm bitte Der stirbt mich eh hier Genau Ach das hätte ich gar nicht angreifen brauchen Aber wir kriegen dafür ein bisschen Tribut Nicht gewollte Tributzahlung Bei diesem 500. Part So jetzt kommt den hier noch Na komm Komm schon Treff an Oh Ein Hauptmann gegen einen Gefreiten Den schaffen wir doch nie Naja Hätte mich gewundert man Also da ist ein Hauptmann drin Schön Hier jetzt aber auch oder? Ne der geht wieder Mein Hauptmann verpisst sich Der wird wahrscheinlich wieder zurückgehen ins Hauptgebäude erstmal Ah der scheiß Hauptmann ey Woher haben sie denn die? Wie soll ich denn das schaffen? Wenn gerade meine Goldschmelze nicht mehr produziert Wenn die gerade keinen Bock mehr hat So wo ist sie denn? Macht sie wieder was? Immer noch Stillstand Klar die kriegt immer noch keine Kohle hier Obwohl die Mine hier richtig gut am Ackern ist 45% 37% Sie kommt Sie kommt Sie kommt Sie kommt Sie arbeitet sich hoch langsam Dann wird es auch hier besser Ja ich muss halt warten jetzt wieder Waffen Sie trägt hier Bretter rum Was macht ihr? Ist sie von der Sägerei da oben oder was? Äh Was soll man dazu noch sagen hier? Ist einfach crap Scheiß Soldaten Ich krieg nur den Müll So jetzt holt ihr das Gebäude noch Komm Und das hier holt ihr auch noch Das ist 100% Abdenkungsmanöver Was die hier treiben 100% Oh mein Gott Oh mein Gott Okay Okay Jetzt schauen wir mal Ob wir den schaffen Den Hauptmann von denen Verdammt sind die gut 86% Bald haben wir die 100% Haha 100% Sagt sich so einfach Man kann ja auch sagen 500 Parts Ich sag ja Das kostet mich den letzten Nerv hier Sex durch Komm Schon Ich glaube ich gehe dann in die Richtung hier Oder? Irgendeine Richtung werde ich mich dann schon entscheiden können Der steht hier Der kommt nicht mehr weg Der packt es nicht Und der hier kriegt nicht mal mehr einen Weg Der hat ihn auch nicht verdient Die Sacknase Warte Wenn ich jetzt nochmal angreife Dass ich den schaffen könnte Komm wir versuchen es nochmal Okay Die 5 Wände kommen von hier So Okay Also Unteroffizier So Okay Ah Der ist zu gut Nummer 5 Mann hier Er wird mich eh nicht angreifen Jetzt ist es glaube ich vorbei Er wird mich nicht angreifen So Komm schon Komm schon Fick ihn jetzt endlich Himmel Arsch Keine Soldaten mehr Komm Leutnant Nein 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 Junge Junge Was haben wir noch Ach verdammt Wir haben doch nur Scheiße da drin Keine Hauptmänner Keine Leutnants Nix Gar nix Nada Das einzige Gute was jetzt wieder ist Wir haben jetzt hier wieder Ein bisschen mehr Kohle vielleicht übrig Weil von da unten jetzt ein bisschen mehr kommt 74% Okay Ist nicht viel aber Es bringt uns hier zusammen 100% wieder Der schmilzt auch wieder So dass wir jetzt hier 85 Hatten wir nicht 86% Achso weil sie es rausgetan haben aus dem Lager Stimmt Da geht es runter Bis es wieder in einem Gebäude drin steckt So und jetzt komm Bringt die Waffen rein Und schaut dass jetzt hier was geht Wo habe ich jetzt angegriffen Hier unten Die kommen nicht ran Ans Gebäude Weil hier einfach zu viel los ist Und hier sind wir alle verblasen Ey Verheizt Okay Dann versuchen wir es halt hier Fünf Fünf Vielleicht klappt es ja jetzt Ich will aber dass es hier Getötet wird So jetzt gehen wir auf volles Risiko mal wieder Jetzt sind natürlich die letzten Soldaten draußen Und wir müssen wieder sparen anfangen Oh sie kommen hier ran endlich Na also geht doch Jetzt hauen weg Scheiß Dreck da Scheiß Hauptmann Komm Ja das sieht gut aus Komm Nochmal Mist Verloren Den haust du weg oder Den schaffst du doch Ha das gibt es nicht Ich habe keine Chance Ich habe so viel Moral Alter Ich habe keine Chance Gegen den Außer hier unten irgendwo Da Toll Wie zum Henker schaffen die das Da stellt sich mir echt mal die Frage Die haben kein Gramm Gold 86% habe ich Alter was ist hier drin Oh Mann Leutnant Naja solange es kein Hauptmann ist Hauptmann Die erste habe ich schon gekriegt Ey Aber Schon wieder verloren Sehe ich jetzt schon So hier endlich Durchfahrt Wir verbinden unsere Welt Na also geht doch So einmal Zweimal Immerhin haben wir es hier jetzt mal geschafft Da verbröseln sie wieder Da Nächstes können wir hier wieder Gold deponieren So Und die restlichen können wieder zurück Ich kriege auch Bauchschmerzen langsam Vom Spiel Ich hoffe dass der nächste Teil nicht so heftig mal wird So und jetzt Jetzt haben wir hier einmal durchgebohrt Was haben wir jetzt hier So und ist ja auch Gebäude So Haben wir auch geschafft Ja endlich Ein Hauptmann von dem weniger So Vielleicht können wir hier noch geradeaus einziehen Ja oder Gehen wir hier entlang Haben wir ein paar Soldaten zerstört Wenigstens Wenigstens Durch das jetzt Ja Wir holen ihn Langsam aber sicher holen wir ihn Muss jetzt mal warten Missiv Dass wir Soldaten sind Genau Geh nach Hause Du alte Scheiße Die Guten bleiben hier Brauchen hier kein Crap Jetzt haben wir zumindest mal das hier geschafft Dass wir hier nach oben kommen Wie sieht es aus 20 23 24 24 Ja über 30 Wenn wir jetzt hier angläufen haben wir noch 30 Ne warte ich geh mal ein bisschen mehr Wo steht es denn wenn denn wir hier an Da Wir könnten aber auch hier hingehen Hier haben sie noch ein Lager Da haben sie noch Essensversorgung hier oben Bäume in der Ofen Okay können sie eh nicht viel machen Aber hier geht es dem Hauptgebäude viel näher ne Können wir jetzt immer von einer Seite hier mal dicht Und einer kommen von der anderen Seite Dann drücken sie zusammen Die gehen halt noch ziemlich stark in die Breite ne Vielleicht sollten wir das Vielleicht hier die Schwingen mal ein bisschen Stutzen hier oben Okay da haben wir wieder nur Crap Wieso kriegen sie das hier eigentlich nicht abtransportiert Achso ist jetzt von gerade eben stimmt Wenn ich jetzt vielleicht versuche hier anzugreifen Jetzt brauchen wir Was haben wir denn überhaupt noch Habt ihr gerade eben geguckt Ah nein Moment Wir brauchen hier keine Ausrede suchen Warum wir wirklich 5 Mann zum jetzt hier angreifen Jetzt geht es mal mit einem Alter Ich habe 87% Moral Dann müsste doch ein so ein gefreiter Reichen Wir können auch warten bis wir lauter Hauptmann im Hauptgebäude haben Und können dann immer mit einem angreifen Dann kommt der Hauptmann nachgeschoben Einzelkämpfer alter Böse Bitter bitter böse Ah ja schlägt sich gut Muss ich sagen Er kriegt voll einen auf den Sack Oh Mann ey Okay hier kann man schon mal knicken ey Die haben überall Hauptmänner drin sitzen Wie haben sie das gemacht Man kann doch einzeln gar nicht austauschen Das geht doch nicht Hey Wer hat da gerade einen auf den Sack gekriegt Ist da auch noch ein Hauptmann drin oder was Echt jetzt Ich teste mal Wer kommt Mal gucken ob da auch noch ein Hauptmann drin sitzt Wir gehen jetzt immer mit einem Soldat Genau an der Grenze entlang Gehen wir jetzt hin Wir versuchen jetzt mal was Vielleicht klappt es ja Ja Vielleicht gewinnt ja einer Genau Voller Schwachsinn was ich jetzt gerade treibe hier Aber man kann es ja mal versuchen Vielleicht gewinnt einer Von den tapferen Soldaten Wollen wir es ja hinschicken Hier kommt ein Hauptmann ne Ja was ist denn sonst Ich liege ja nur bei 86% Ja 85 jetzt zu fallen Hat doch keine 86% mehr Und hier Oh Hier waren zwei drin Hab ich gar nicht gesehen Was ist los Ohje Wir werden angegriffen Nö echt Er greift uns an Was ist drin Ja auch Ach nö Ja und er gewinnt oder Jetzt greift der Sack mich an zwei Stellen an Was für ein Arschloch Der hat doch glaube ich gar nichts mehr Ich hab's zumindest mal gedacht Dass es so Ist Dass er nichts mehr hat Und dann noch an zwei Kohle stellen Das ist das was ich gesagt habe Nicht zu gemütig werden Sollte Dann kann sowas passieren Dann kommt er nämlich Kampf verloren War klar Mine weg Und Das ist weg Man Verdammt Scheiße Nochmal Bauernhof weg Aber keine Mine War wohl zu nah Okay Mal wieder Bau mal wieder auf Geologen Fünf Geologen hier rausschicken Aufbauen Versuchen wieder Fuß zu fassen Der Penner Oh man Den Bau hier muss ich mir auch wieder holen Aber er hat es wenigstens nicht geschafft Meine Mine zu zerstören Ha Sack Was glaubt denn der Wer da ist Okay das hier hat auch nicht funktioniert Die Theorie wo ich aufgestellt habe Dass es vielleicht funktionieren könnte Komm Hau ihn weg Siegerung Gut Das war einfach nur eine Schikane hier Egal Die Kohleminen bauen wir da auf Die hier bauen wir auch noch auf die Schmelze Kein Problem So Diesmal ziehen wir den Weg hier durch So Siegerung haben wir auch wieder gekriegt Ja da haben sie wenigstens ein bisschen Arbeit Halt Den Bauernhof wieder aufbauen Nichts passiert Nichts passiert Da oben bauen wir auch wieder die Mine auf Alles im Lot Alles in Ordnung So Auch nicht großartig Verluste gehabt Also auf meinem Land haben sie keine Chance Ich gehe jetzt auf voll Und auch hier auf gut Hier können sie eh nicht angreifen Das hat jetzt einen bestimmten Grund warum ich das mache Jawohl ich weiß Hab schon länger nicht mehr gespeichert Aber ist auch die 500. Folge Aber leider kann ich jetzt nicht sagen Dass ich hier besonders gut grad bin Deswegen Bin ich etwas bedrückt Weil es regt mich auch grad ein bisschen auf Dass hier so Viel nicht Geht Also dass hier grad echt Einfach alles beschissen läuft So Da ist zwar das Hauptgebäude leer Aber ich weiß dann Dass die Besser geschützt sind Hier an der Front Weil das kann nicht so weitergehen Jetzt hier Ich muss jetzt meine Soldaten raus Und zwar alle Egal 87% Wie ist da unten Die Lage Beim Gold Wo ist es denn Da Okay er schmilzt Eisen gefunden Ne Jungs ich brauche hier die Kohle Ansonsten muss ich halt ein neues Bergwerk vorerst mal anschließen Ja Brauchen wir ein neues Okay kein Problem Wir haben noch Ersatz Kohle gefunden Genau wie sieht es eigentlich hier so aus Ah noch keinen mehr Ja ich glaube hier war auch schon ziemlich erschöpft Ein großes noch Männer etwas weiter oben vielleicht Ja wie gesagt ich kann auch das hier anschliessen Ops Das hat jetzt nicht so Irgendwas muss ich ja machen So Machen wir es so Es muss jetzt was kommen Hier können wir wieder einen Ersatz einrichten Falls jetzt hier noch irgendwo ein großes finden oder so Oder zwei drei Kohle Kohle ich brauche die Kohle So meine Soldaten sind schon auf dem Weg hier nach draußen Um sich hier an der Front wohl zu fühlen Ich könnte sogar schon angreifen mit einem Wow Junge Junge Jetzt muss ich aber aufpassen ey Nicht zu übermütig wird Ah hier oben gibt es genug Kohle Vorkommen Komm Scheißegal Scheiß doch drauf Statistik Ah wah Der hat mir gar nichts gemacht So Er muss ja gucken was er hier tut Ha mit den paar Soldaten wo er kommen will Ich frage mich gerade wo meine sind Ich versuche hier gerade voll zu machen Irgendwie geht da gerade nichts an der Front Ich sehe gar keins wo voll ist Ah doch hier Wow Äh Holla Junge Junge 89% Wow Mh ihr wart schon ziemlich erschöpft hier oben Das war komm Werd ich wahrscheinlich nicht einmal mehr Großartig irgendwie was anschließen können Ja Deswegen ziehen wir gleich den Weg runter So Ha Mann Mann beim 500. Party leben wir ganz schöne Scheiße noch So der hat jetzt nichts mehr hier Ey Da gehen aber ganz schön welche raus ey Ich habe mir schon so viele Gebäude eingenommen Dass ich die gar nicht mehr besetzen kann Komplett voll So kommt es mir gerade vor Voll Hardcore 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 Dann wird es glaube ich mal Zeit Dass wir Festungen bauen Wenn das so weiter geht Dass wir uns über Festungen wehren können So wohin trägst du deinen Scheiß Okay So sie laufen alle raus hier Das Hauptgebäude Das wird immer leerer mit Soldaten Gut sie können sich nicht angreifen Wie gesagt Es kann nichts passieren Da kommen sie nicht ran Die Zeiten sind vorbei Hier einfach mal kurz angreifen und dann sagen Ha ich hab dich eingenommen du Das geht nicht Das schaffen sie eh nicht Habe ich eh immer zu viele Soldaten drin Eins war nicht schade Muss ich jetzt noch dazu sagen Auch wenn ich jetzt das Projekt schon so lange mache und so oft ausgerufen habe Dass ich freiwillige suche die vielleicht ein Gastkommentator sein wollen Die hätten mir live über Skype zugeguckt Und es hat nur mit einem geklappt Der spielt auch der Siedler auf Amiga Und da muss ich sagen Schade 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 So Aber von hier oben kommen trotzdem noch kräftig Waffen runter Ey 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 Macht jetzt bloß keinen Scheiß hier 90% Wow Schon so weit Ja Gold haben wir schon gut gesorgt So Dass wir so einige Barren haben Der liefst 100% Er muss gerade alles hier versorgen Respekt Aber es reicht nicht Oh Dann wäre auch noch So ich warte mal bis jetzt hier endlich mal ein Arbeiter kommt Ah da kommt schon einer Gut Endlich Ja man sollte mal die Kohle sich krallen Ja hier wäre zu Not auch noch was Ja das wäre für Notfälle mal Hier unten Lohnt sich ja nicht wirklich Hier nochmal ein Geologe Oder zwei Oder drei Oder drei Vierte geht leider nicht Schade Nicht Waffen einlagern Leute produzieren Menschen Soldaten So wie es aussieht haben wir die kompletten Fronten nun doch noch voll gekriegt Ja man Ja man Geil Haben wir geschafft Also jetzt braucht er auch nicht mehr versuchen anzugreifen Wir haben es geschafft Die Front gefüllt Fehlt auch noch einer Hey Soldat Wo rennst du hin Da da hinten Ah da kommen sie schon So da hat er es mir jetzt geschafft haben hier mal zu befüllen Können wir jetzt Hauptmänner produzieren Jetzt muss ich Hauptmänner machen Damit immer wieder Gute Soldaten nachrücken können Weil das lassen wir nicht mehr auf uns liegen hier Was hier passiert ist Vorhin Mit den Angriffen hier oben So gut ist es gelaufen Meine Schmelzereien haben sie Zerstört Meine Mini haben sie zerstört Ne Das wird nicht nochmal passieren Jetzt haben wir Soldaten draußen Ha Jetzt spürt er meine Gewalt Meine Macht hier Guck mal hier Ich hole ihn Ich hole ihn So gut Bequem mal hinsetzen Moment So Jetzt kriege ich ihn Der Weg führt zusammen So Gleich mal wieder ein paar umwandeln hier So Und Schmelzen tun wir auch wieder Ja Das ist doch prima Okay Da oben kommt schon Baumaterial Moment Da können wir auch den Weg hier ein bisschen abkürzen Das ist auch Schwachsinn Wenn sie hier mal so rumlaufen müssen Er hat dir einen Steinmetz irgendwo wo er Hä Was zum Henker macht der Arscheloch Ey gibt es hier oben auch noch Das ist das reinste Mekka hier Kohle Mekka Stone Sollte nicht die Wege blockieren Kohle Kohle Keine Kohle Gibt es kein Eisen Ohne Eisen Gibt es keine Schwerter Und Schilde Ohne das gibt es keine Soldiers 92% Weil es immer auf 100 Wenn wir die 100 erreicht haben Dann ist der Gegner Nicht mehr viel stärker wie ich Dann war es das Dann geht der Ausgleich nämlich ins Minus bei ihm Dann geht es nämlich Dann zählt es runter Ich meine ich meine es war so bei 100% Und ey was soll das Greifst du mich etwa an Ne Er haut wieder ab Wer hat Angst vor mir Rennschlopper Lauf Ja wie gesagt Bei 100 geht es bei ihm ins Minus Alter rutscht er halt runter Dann von Das ist wie so eine Waage Weil er hat ja immer mehr als ich Und Dann geht das alles mal ein bisschen Retour so Wenn es hier ein großes Vorkommen irgendwo ist Baue ich hier eine Mine hin Ne Also dann werde ich sie wahrscheinlich Hier hinbauen Ersatz Falls mal irgendwas kommen sollte Kann mir ja nie wissen Mann Mann Der kommt schon auf dumme Gedanken da oben Ist der nicht alles versucht Um mich zu zerstören So da bringen sie das Holz Wieso bringt ihr keine Waffen mehr 92% Immer noch 500. Folge Ich kann es gar nicht glauben 500 Folgen Oh mein Gott Das ist doch nicht mehr normal So was Das geht doch nicht Jetzt wollte ich ja einen Zusammenschnitt machen Aus mehreren Folgen Aber Ich war zu voll zum suchen Was ich benutzen kann Nee Ich wüsste jetzt auch gar nicht Aus welchen Parts Ich irgendwas zusammenschneiden soll Wenn er nur fluchen Und rumschreien Das könnt ihr für mich machen Und mir dann schenken Habe ich selber Nö Ich muss doch schon den Weg hier vergewaltigen Ich brauche mal kurz hier die Straße Ich muss hier Eine Mine hinbauen Aber noch nicht anschließen Das ist nur für später Gedacht So Ja Ein bisschen Eisen Muss man auch dran denken Die wird bestimmt auch irgendwann Jetzt demnächst Aufführen Bei 11% Das ist nicht mehr viel Nehmen sie halt aus dem Lager Ist okay Weil noch eine Schmiede Bau Äh Noch eine Ding bauen Kann ich jetzt nicht So warten Bis jetzt hier alles fertig ist So Wie gesagt Hier oben wäre ja auch noch eine Möglichkeit Wenn sie noch ein bisschen was finden Oder hier Ja ja Es öffnen sich doch immer wieder neue Möglichkeiten Für uns Es hat leider nicht geklappt Unter 500 Parts zu bleiben Tut mir echt leid Ich hätte es mir gewünscht Dass ich jetzt bald fertig werde Weil der Gegner geht mir echt auf den Sack Der nervt Der ist so Äh 92% Wir können ja mal probieren Ob die Moral schon was bringt Jetzt hier die 90 Sagen wir mal Wie wisst ihr Hier ist ein richtig ekliger Gegner drin Komm wir versuchen mal mit 3 hier anzugreifen Die 3 werden wir ja wohl noch aufgegriffen kriegen Hier oben Ja Ja passt Hier sind keine drin Nee Warum auch Vielleicht schaffen wir das jetzt Ist ja nur ein Hauptmann Gibt es ja schlimmeres Beispiel wenn es gar keiner wäre Da haut uns eh gleich wieder eine von Latze aber sowas von Sag ich doch Dass wir kriegen von dem Und wie Gib doch einfach auf Komm schon Gib doch einfach auf Du hast doch nichts mehr Guck doch mal an Hier militärisch gesehen Bist doch ein Frack Du hast nichts mehr mein Sohn Du bist ein Loser Ich dir den letzten Hauptmann nimm Dann hast du noch ein paar Ich weiß aber trotzdem Das wäre für mich eine Genugtuung Wenn ich dich jetzt schlagen Oder mit diesen 3 Männern Guck mal 92% Moral Es gibt es nicht Hammer Der Wahnsinn Einfach nur der Wahnsinn Der nackte Wahnsinn Ich kriege keine Salat mehr 6% sollen wir die echt nicht abreißen Geologen Macht euch mal ein Bild von der Situation bitte Und lasst mich wissen was los ist Ob es hier wirklich nicht lohnt weiter zu buddeln Äh weiter zu machen Manchmal haben die nämlich wieder so einen richtigen Schwung Und dann geht es wieder was Ansonsten müssen wir die nächste anschliessen Und zwar hier Führt kein Weg vorbei Wie sieht es bei dir aus Hey du dich wirst auch nicht mehr so Prickelnd Und du? 84% Du? 30% Weil die hat sich auch immer mal wieder Erholt ne? Aber ich denke der wird jetzt bald sagen Ey es geht nie mehr weiter du So Mine fertig Gole Das liegt eigentlich auch gerade nur an der Gole So da kommt schon der kräftige Arbeiter So und die suchen jetzt nochmal ein bisschen Eisen Vielleicht haben wir Glück Und es liegt irgendwie noch was rum Aha Hey was machst du? Wieso förderst du nichts mehr? Unnötiger Fresser Okay Mach Meldung Dass du Bald nichts mehr hast Wieder drei Soldaten mehr zum Verheizen da Immer noch 93% Immer noch Ey komm es liegt nur an der Kohle alter Der andere ist jetzt bald da Dann werden sie wieder versorgt von hier oben Das ist schlimm ey Echt schlimm 4% Ne hier gibt es echt nichts mehr Ausgeschöpft Zieht sie sich aus ihrem Dienst zurück Und die nächste wird dann geschlossen Ich werde mal hier ein bisschen weiter suchen Da haben wir noch Kohle Ähm Was haben wir hier drüben noch? Scheiße Komm jetzt gar nicht ran Schade Klar Klar wenn ich jetzt hier gerade wieder erst alles organisieren muss Kommt es jetzt ins Stocken Ein großes Vorkommen Dankeschön Zwei große Vorkommen Baue ich natürlich dann So Da wäre auch eins Nein ich muss hier unbedingt eine Schmelze hinbauen Ohne Scheiß man Hast du das Material? Nö Schmelz 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 Unglaublich Wie ich hier rumeier Nur weil ich jetzt keine Materialien mehr habe Hammer Das geht doch nicht normal hier Oh Kohle Also wenn wir hier noch ein bisschen was finden Kohle Das Gut ja ich Auch positiv sein Eisen Ach gibt es hier auch noch Eisen? Ne Kohle wäre mir lieber Na komm mal her hier Hierher zum Arbeiten Leute Und da oben Was macht die Mine? Natürlich liefert die hier oben Die muss 100% geben Jetzt brauchst du nur noch Essen All you can eat Da ist auch wieder ein Bauer da Hehehe Ach aber hier Können wir mal das Feld vernichten Von dem Versuchen wir mal mit drei Soldaten Vielleicht geht es ja Mal gucken was kommt Okay Hat sich da einer weitergebildet? Kann sein Gibt es ja glaube ich auch bei den Gebäuden Wenn Gold drin ist Dass sie sich ein bisschen weiterentwickeln Nicht viele aber Das kann passieren Und ich hoffe dass wir mit drei Die hier schaffen Haben wir den hier auch noch mit drei? Ne Da warten wir mal noch So 94% Unteroffizier Schon die erste Haben wir gequettert gekriegt Na je Das sieht doch wieder beschissen aus Alter Wir kommen nicht an den ran Der ist einfach gut Der hat einfach Ich weiß nicht wie er das macht Er hat so gute Soldaten Irgendwie Ich hab keine Ahnung wie der das macht Scheiß Cheater alter Der ist einfach gut Der ist dadurch so ein Vorteil irgendwie gesetzt in der Mission hier Man soll ihn nicht besiegen können glaube ich Und wenn er nur ganz schleppen Ja jetzt haben wir ihn geschafft Aber wir haben einen Leutnant verloren Und das regt mich halt auf Genau das ist ja das Problem Was mich so aufregt Der Leutnant Der Verlust Aber sie haben hier eine Kohleminie verloren Wo sie eh nicht brauchen Und dann hör doch mal Das Gebusel hier auf Mit den Materialien von dem Junge Junge Da kannst du echt mal sehen hier Und der da unten regt mich halt auch auf Können den auch nochmal probieren So Das ist die billige Soldaten nach Scheiß hätte ich nicht machen sollen Schaffe ich wahrscheinlich eh nicht Naja Was sollen wir machen Ist halt so Aber hier gibt's Kohle Das ist schon mal gut Das gefällt mir Da oben Dir geht's gut oder Kriegst du auch Essen ein bisschen Nahrungsmittel Wieso kriegt der hier nichts mehr zum weiterbauen Was fehlt Ist alles da Ohje Die Schmelze wird wahrscheinlich nie fertig Na ja Hauptsache Hunden geht's gut weiter Auch wenn sie nix haben Und Habt ihr gewonnen Ah ok Also jetzt geht doch ein bisschen was 94% Na muss was gehen Also hallo So Hier ist glaube ich auch ein Hauptmann drin Was ich gerade nicht Ich meine ja Hier sind überall Hauptmänner drin Das ist das Problem Weil hier sollt die Leute rekrutieren Rotieren So Ok Das haben wir erobert War mir auch ein Dorn im Auge Könnt ihr bestimmt nachvollziehen langsam Ist schon frustrierend Wenn man in so einem Gebäude 20, 30 Soldaten verholzt Wenn man bedenkt Wie lange man braucht Bis man das wieder hat Durch die Produktionsschritte Das ist eigentlich ein langer Weg Zu den Soldaten Deswegen soll man mit denen eigentlich Immer richtig gut umgehen Sparsam Aber meistens verholzt sich sie Und warum kriegen sie das Gebäude Hier nicht fertig Gibt auch kein Holz mehr Oder doch Hallo Lagert doch mal was aus Gut ok Ist jetzt auch nicht so schlimm Wenn die Schmerzerei Jetzt nicht unbedingt fertig wird Oh Hier ist Platz für eine Weitere Kohle Mine Braucht ihr eh bald Wenn es hier so weiter geht So Aber gerade noch mal eine anschließen Wenn er nicht weitermacht hier So Okay Jetzt kommt wenigstens Kohle Yes Aber der hat kein Eisen mehr Aber da kommt schon unsere Arbeiter gleich Oder Wo ist er Da Gut Jawohl So Und er kriegt nichts mehr Er wird die Schmelze nie fertig kriegen Wenn er hier so weiter eiert Na ja Jetzt wird der eine wieder versorgt Hier in diesem Part können wir eh nicht mehr viel machen Werden uns einfach die Leute fehlen Geht gerade nichts So 95% Ist dann der letzte Stand Mit der Moral Angreifen tut er nicht Traut er sich nicht mehr Ich denke mal die Zeiten sind vorbei wo er angreifen wird Von der Statistik her Haben wir Kartentechnisch überholt Gebäude holen wir bald Militärisch Sind wir wieder Etwas zurückgefallen Wir haben eine Gesamtspielzeit Von über siebeneinhalb Stunden Ich bin mal noch gespannt Wie lange die Mission 30 geht Ich hoffe dass wir sie bald geschafft haben Ist schon traurig wenn es jetzt so Gerade so stockt Und nicht mehr weiter geht Naja jetzt kriegt er da oben nichts zu fressen Warum auch immer Obwohl Brot kommt Wir müssen uns nur eingestehen Dass er hier jetzt auch bald Stehen bleibt Vor einer Stunde Das letzte Mal gespeichert Hola Mir wird es aber Zeit du Heftig Ne ist ja kein Problem Jetzt ist es gerade nicht so schlimm hier Im Gegenteil Jetzt geht es gerade eigentlich Es ist eigentlich gerade echt gemütlich Wir können eigentlich nur noch warten 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 Und wenn der jetzt nicht bald das Ding hier fertig kriegt Reise ich es ein Ohne Flax Naja Also gut Freunde Ich werde mich jetzt verabschieden von euch Ich hoffe euch hat der 500. Part gefallen Das war jetzt kein großes Spektakel Oder sonst irgendwas Wir haben auf jeden Fall 500 Parts schon geschafft Ist echt ordentlich Ich habe jetzt auch eine Stunde hier gespielt mit euch zusammen Eigentlich reicht es jetzt Es geht Jetzt gehen die Rohstoffe hier auch raus Okay Weißen wir den einen Und schließen noch eine andere an Dass wir Eins, zwei, drei Stück haben wieder Nehmen wir die hier unten So Ich bin echt mal gespannt Ob wir Und wir die hier heute nicht nur fertig kriegen Die Schmelze Ich glaube es ja nicht Dass da noch was geht Leute bringt Brot Ah der kommt schon Das haben wir eh zu Genüge Denke ich So der Bau hier hat jetzt hier Fast alles alleine Bis auf das da oben Werden wir uns aber auch noch unter den Nagel reißen Also es wird noch interessant und spannend In dem Spiel Bis aber einfach nur Fuß gefasst haben Und genügend Soldaten und so Dann wird es natürlich hier Wieder weiter gehen Aber bis dato wünsche ich euch natürlich noch Einen wundervollen Tag Genießt meine anderen Netzpleis Die jetzt nachher noch kommen Und ich hoffe wir sehen uns dann wieder In alter Frische hier Bei Siedler 1 Mit eurem Rufnex Ciao